hallo und herzlich willkommen da sind wir wieder bei sticks bei dem neuen sticks hier das ist jetzt der andere ist tot und das ist der richtige sticks der hat seinen klon wahrscheinlich war das getötet ja möchte ich bitte dann bin ich jetzt mal ruhig oder auch nicht so haben die wir ganz schön eingekerkert hier neue sand der hat doch gar nichts ein klon kommt hier durch na dann lassen wir den klon doch mal machen so machen wir die tür auf so ich muss jetzt wieder komplett zurück oder ja mein dolch holen alles klar so so ist hier irgendetwas tolles näher und hier kann man weit fallen also nix für mich ne das hatte ich gar nicht vor das hatte ich gar nicht vor mann ja dann kommt ruhig hier rüber na komm ich wollte eigentlich was ausprobieren jetzt sag bloß jetzt lebt er wieder da der ritter der lebt tatsächlich wieder auf der goldharztrank sind die tot die dicken sind tot ich bin ja gut die dicken sind tot Gut, ich wollte eigentlich erst dafür sorgen, dass einer den Ritter da anhaut, sage ich mal. Aber jetzt kann ich auch keinen töten. Glaube ich zumindest. Nein! Eieieieiei! Und das war nur ein Lebenstrank, den er gemacht, gegeben hat. Warum ist noch irgendwas tot? Ist ja ein Goblin in Angriff gewesen, oder was? Du hast nichts gesehen. Der hat Messer in der Tasche. Ich brauche mein Dolchie. Dolchie wieder. Doder. Ja... Sheben! Oh shit. Oh shit. ok der geht nur hin und her da tja das ist ein anderer nicht hier sehen gehen wir weiter da sind rote kleine goblins Okay. Naja, aber bis jetzt würde ich ja sagen, komme ich doch auch ganz gut durch. Okay. 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 I've got to get back on patrol. There's nothing after all. Oh, der hat da einen Goldharz. Oh, nein. Ja, grüß dann. Ja, okay. Jetzt kam der von rechts, ne? Entschuldigung. Und so viel dazu. Und jetzt? Ich versuch beim Sterben zu löcheln. Ja, ich bin doch schon tot. Hallo. Ich glaub, die haben es noch nicht mitbekommen, dass ich eigentlich schon tot bin. Äh, neu starten. Zone, Mission. Nein, letztes Quicksave, doch. Na gut, da komm, so viel habe ich jetzt auch nicht geschafft hier. Hm, doch war eigentlich der hier, ne? Äh. Ja, passt klar. Okay, alles klar. Okay, Harry noch da, Robert. Oh, ja. Oh, Mama. Nein! Nein! Wieso hat er mich denn entdeckt? Ist klar. Versuchen wir es halt nur einmal, nö? Ja, das ist klar. Hm. Die haben auch die ganze Kacke jetzt wieder an, ne? Ja, natürlich. Das ist ein Knaller, Knaller hier. Warte mal, hat der einen Trank? Ne, das ist das Messer. So, schon mal das geschafft. Ah, Mist, ich wollte euch beide treffen, da? Verdammt. Tja, schade. Toll. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Tja, schade. Tja, schade. Oh, na, das ist echt komisch. Was war das Geräusch? Weh. Es ist da von, da. Is someone there? Hier alles gesammelt was ich brauchte oder wollte das heißt speichern jetzt geht's auf Und sein Goldsarztank das würde ich gern noch haben Soll ich es nicht mehr so gut Da war das Lebenstrank, Lebenstrankvorrat, super. Da muss ich die verkauft haben. So, ja, bis hierhin hat auch alles geklappt. Also hier ab jetzt muss ich sehr viel mehr speichern als sonst. Da habe ich nicht mit gerechnet, wie man gesehen hat. Da war ich da ein bisschen zu unvorsichtig und unbedarft. So, wo bin ich da? 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 Da unten sind meine Freunde. Mein Deutsch ist weiter oben. Hey! Oh, meine Schätze. Das ist es, raus! Get out of here! You don't want to be cut to pieces. Oh, nein! So, wo bin ich da? So, wo bin ich da? So, wo bin ich da? Da sind ja noch welche. Da sind ja noch welche. Da sind ja noch welche. So, wo bin ich da? 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 Oh, nein. Wo bin ich da? So, wo bin ich da? Irrgarten hier, aber echt geil gemacht. Was macht dir das bei denn hier? Wie hat er gegen das gemacht? Ich will das hier rüberkommen, Mensch. Kommt ihr zwei noch ein bisschen voran? Mein Deutsch müsste hier sein. Fällt mir grad mal so auf. Huch. Aha. Muss ich gleich mal gucken gehen. Könntest du mal da runter gehen? Das wird es tun. Und jetzt finden Sie Stix. Das repartierte Kreatur wieder. Sie scheint nicht zu sein, wenn ich die Trämpfe des Trämpf. Sie sind in der Falle. Was ist das? Wo ist es? Es war Rund. Ich finde es. Du kannst nicht woher zu gehen. So, ich hab mein Dolch wieder. Oh, der eine da hinten hat irgendeinen Goldhastrank. Oh, fuck. Den würde ich mir gerne noch holen. Ach, entwischt. Ich hab gelesen, erwischt. Missed. Ich will eigentlich nur dein Goldharz tragen. Oh, das ist wirklich nicht mein Tag. Oh. Oh, der dreht, der dreht sich nochmal um. Entstellte Missgeburt. Hallo, das war ne Beleidigung. Ihr seid die hässlichen hier. Volltarz, ich will dich. Volltarz, ich will dich. Wenn ich den jetzt aber das hier runterfallen lasse und der stirbt, hat der ja auch keinen Goldharztrank mehr, oder? Das ist gut komisch. Wunderbar ein, das ist gut. Alles gut. Ja, das ist gut. Ich will auch nicht. Oh. Oh. Oh, das ist gut. Oh. im sand nehmen könnte ich eventuell noch gebrauchen also die kommen wir zurück hier lang nach hierhin meine ich man dadurch eventuell da lebt noch sogar noch die sonnen so so bin ich eigentlich nicht im schatten hier ist doch kein licht und sagen ich höre sie wo bist du mein schatz und jetzt heute wieder ab oder was ich habe die ganze zeit gewartet man oder die gehen wahrscheinlich nur noch mal darüber und dann hier das könnte sein wird da ist nichts jetzt ein schrott nur umsonst das ist das ist für mich tja weiß zwar nicht warum der nicht dahin gesprungen ist oder daran gehangen hat aber naja schiff schiff es ist Kann nicht wahr sein. Und zwei Pappnasen zurückkommen da unten, dann sind sie dran. So, dann ist mir jetzt egal. Ich hab doch erst noch einen Kaffee. Ich probiere gleich erstmal nach der Aufnahme einen Kaffee. Sie haben schon 33 Minuten. Und wenn ich das jetzt nicht mache mit den Zweien da, dann vergesse ich das morgen. Oder er ist auch bei der nächsten Session. Wo bleiben die denn? Mit zwei Klutschen da rum? Ja, genau. Seid schön vorsichtig, meine Freunde. So, ich glaube, ich mach dann doch schon Feierabend. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn's da wieder heißt, Sticks Master of Shadows. Bis dahin. Und denkt an das Däumchen. Oh, da kommt so. Verdammt. Verdammt. Okay, Hauptsache es ist dunkel. Also, wir sehen uns dann. Bis dahin. Euer Boba. Ciao, ciao. Ciao.